Hallo ihr lieben Katzes da draußen! Heute gibt es mal ein ganz ganz mini kleines ganz kurzes Video und zwar rufe ich ja immer mal zwischendurch in Videos dazu auf, falls ihr Duftwünsche habt, die ich mal reviewen soll. Ich habe ja im Moment so eine kleine Kerzenkaufpause eingelegt und würde das gerne auch ein bisschen auffüllen beziehungsweise wenn es mal so Phasen gibt, wo ich mal keine Kerzen kaufe oder es sich einfach nicht ergibt, dass ich ein bisschen, ja, Kanalfutter habe, würde ich jetzt mal sagen und ihr schreibt mir auch immer ganz brav unter die Videos, wenn ihr Wünsche habt. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich dieses Video einfach dazu nutze und dort einfach mal gesammelt eure Duft-Review-Wünsche mir angucke beziehungsweise abspeichere, weil ich sonst einfach komplett den Überblick verliere. Manche Sachen werden mir auch nicht direkt angezeigt von euch, deswegen würde ich gerne dazu aufrufen, wenn ihr zum Thema Yankee Candle oder von mir aus, wenn irgendwann, wenn, wenn denn Country Candle rauskommt, Country Candle, Yankee Candle, Kringle Candle auch eventuell würde ich mal annehmen oder vielleicht auch von Beers Wax Bakery, die benutze ich ja auch sehr gerne, wenn ihr da bestimmte Düfte habt, die ihr mögt, wo ihr einfach mal eine zweite Meinung zu wissen möchtet oder schlicht und ergreifend mal neugierig seid, was ich zu gewissen Düften sage, sei es jetzt eher frische Düfte, fruchtig, Foodie-Düfte, eigentlich alles Mögliche mal. Ich probiere mich ja gerne mal durch, obwohl ich da so meine Hauptsteckenpferde habe. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, zu welchen Düften oder zu welchem speziellen Duft ihr vielleicht eine Review wünscht und dann kann ich die so nach und nach ein bisschen abarbeiten. Es wurde sich schon vor kurzem ein Review zu Pineapple Cilantro gewünscht. Ich habe jetzt einen Tarte in Benutzung und ich habe jetzt ganz aktuell, wo ich gerade filme, meinen Melt Cup davon in der Benutzung, damit ich dazu auch bald ein Review raushauen kann. Folgedessen haut in die Tasten, schreibt mir einfach alles rein, was euch so interessiert, wo ihr eine Frage zu habt, was ich davon halte. Schreibt einfach mal alles rein, falls ich irgendwie die Marke, falls es eine Marke ist, die ich nicht kenne oder vielleicht nicht so oft benutze, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht so kleine Pröbchen davon kriege, dass ich mir so eine Meinung zu bilden kann. Jedenfalls würde ich mich total freuen, wenn ihr einfach, auch wenn ihr schon mal eure Wünsche unter einem Video gepostet habt, es wäre total lieb, wenn ihr das vielleicht hier auch nochmal macht. Dann habe ich nämlich alles so ein bisschen gebündelt und kann mich dann da bei Bedarf einfach mal durchklicken. Das fände ich ganz toll. Ich werde dieses Video auch unter meinen zukünftigen Videos verlinken, damit, wenn jemandem was einfällt, er dann seinen Wunsch einfach unten drunter reinschreiben kann. Also nur, falls ihr natürlich Lust habt. Ich weiß, das ist mit dem Hin- und Herklicken ein bisschen doof, aber ich glaube, das könnte funktionieren. Infolgedessen haut rein, meine Lieben. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss, lüüüü!